Liebe Leute, eine ganz große Neuigkeit gibt es noch, obwohl das Elkhornfest abgesagt wurde für die Gospel Pro am 25.06. in der Weinbergkirche in Pünz ein Konzert geben. Musik Was you about it? Get a yellow... Ah, I got a bless... Ah, I got... Ik also not believe it. Get a yellow... Ah, I got a with... Ah, I got aürü... Oh, it's Wolf! Let'sици Hazard! Vielen Dank.